So, Freunde, jetzt spiele ich ein Spiel, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, ein bisschen zocken zu können. Ich habe es vorgestern schon mal gezeigt. Nikola Zendek hat mir gesagt, hier, Witchfire ist neu. Und ich so, hä, Witchfire ist ein Roguelike-Ego-Shooter mit ein bisschen Souls-like-Elementen. Aber es ist im Prinzip, ja, allein schon, weil es ein Ego-Shooter ist, kann man es schwer mit Souls-Spielen vergleichen. Aber es macht richtig Bock, es ist von den Painkiller-Machern. Wer kennt noch Painkiller? Ich kenne natürlich noch Painkiller, weil ich Painkiller, seit ich im Multiplayer einigermaßen viel gespielt habe. Oder ich glaube, von den Bulletstorm-Leuten, sind das nicht die gleichen? Ist noch in der Early Access, kostet, glaube ich, 35 Euro. Und ich habe neulich zwei Stunden reingespielt, oder anderthalb. Und es hat mir richtig Bock gemacht, muss ich sagen. Es sieht cool aus, es hat einen ziemlich süchtigen Loop. Man springt sozusagen in Welten, kann da verschiedene Missionen machen, Ressourcen jagen. Wenn man stirbt, verliert man natürlich seine Sachen. Man muss versuchen, die zurück in seine Homebase zu bringen und kann da dann sich upgraden, Waffen upgraden und so weiter und so fort. Dann wieder rein in die Map, um weiterzukommen auf der Map. Es hat mir ziemlich Bock gemacht. Vor allen Dingen fand ich das Gunplay erstaunlich gut. Und das Risk-Reward-System hat sehr gut funktioniert. Also es hat mich immer tiefer in diese Map reingeloggt. Und hat sofort Spaß gemacht. War auch nicht überbrutal schwer, zumindest am Anfang nicht. Aber trotzdem herausfordernd. Und ja, deshalb habe ich Bock, jetzt weiterzuzocken. Mal gucken, wie lange dieses Spiel tatsächlich mich an den Bildschirm fesseln kann. Aber bislang bin ich noch recht angetan. Es heißt Witchfire. Ist das so wie Escape from Tarkov, wird hier gefragt. Also ich habe ja Escape from Tarkov nicht gespielt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das so ein bisschen in die Richtung geht. Allerdings ist es Singleplayer only. Es gibt auch wirklich, ich habe selber gesagt, das ist eigentlich prädestiniert für Multiplayer. Aber es ist ein komplettes Singleplayer-Spiel. Was ich aber auch mal wieder ganz nett finde irgendwie. Weil, ähm... Ja, du bist so... Du hast so dein eigenes Pacing bei Singleplayer, ne? Du bist so... Du machst, wie du meinst. Du musst dich nicht mit irgendwem vergleichen oder sonst irgendwas. Sondern du kannst so ganz entspannt einfach die Dinge angehen. Ich zeige euch gleich mal, wenn ihr das jetzt noch nicht bei mir auf YouTube oder im letzten Stream gesehen habt. Ich bin jetzt hier quasi im Hub. Also falsche... Falscher Bildschirm. Wir machen das mal so. Dann machen wir das mal so. Und, ähm... Oh, da. So, hier ist die Map von unserem Hub. Also, das ist noch relativ klein. Hier seht ihr, hier gibt es so Fälle. Workbench und so weiter. Was halt ziemlich cool ist an diesem Spiel. Was mir direkt Bock gemacht hat beim ersten Zock. Es gibt so ein Research, äh... Ding. Spiegel. Hier. Das ist der hier. Und ihr könnt dann hier, ähm... Verschiedene... Also zum Beispiel Close-Range Weapons, Long-Range Weapons, Zaubersprüche. Ihr könnt einen Light-Spell und einen Heavy-Spell. Und die könnt ihr erforschen. Und ihr seht, also, ähm... Das geht nach Echtzeit. Und zwar, die Zeit richtet sich danach, wie lange ihr gleich in der Welt seid. Also, ich bin jetzt hier noch im Hub, gleich gehe ich in eine Welt. Und, ähm... Zum Beispiel steht hier, Next Project Research Time 20 Minuten. Das heißt, wenn ich 20 Minuten in dieser anderen Welt bin und dann zurückkomme, dann ist dieses Projekt fertig und ich kriege einen neuen Zauberspruch, der dann entdeckt würde. Ich weiß nicht, ob das random ist oder ob der irgendwie nach einer gewissen Reihenfolge geht. Das habe ich noch nicht rausgefunden. Man kann das aber auch beschleunigen mit diesen Münzen hier. Habe ich mich aber noch nicht getraut auszugeben. Aber das ist schon mal ein ganz geiles System hier. Die kann ich alle noch gar nicht benutzen. Weil du das Gefühl hast, selbst wenn du nur 5 Minuten in dieser Welt warst und gestorben bist, äh... Hat das ein bisschen was gebracht, weil du deinen Research-Balken sozusagen aufgeladen hast. Ähm... Ja, es ist so ein bisschen... Ich würde es wahrscheinlich statt mit Souls eher mit Remnant vergleichen. Ein Singleplayer Remnant. Ähm... Und, äh... Hier, du kannst auch deine Level, äh... Deine Waffen upgraden. Hier ist, wie gesagt, ein Heavy-Spell, aber ich habe noch gar kein Heavy-Spell. Hier, wie gesagt, ich bin noch ganz am Anfang. Waffen kann ich auch noch nicht verbessern. So, das ist das Roguelite-Prinzip. Das sehen wir gleich, wenn du... Ab einer gewissen Anzahl an Gegnern, wenn du die gekillt hast, Beziehungsweise Erfahrungspunkte, kriegst du solche Arcanas und dann kriegst du so Buffs, wie zum Beispiel schneller nachladen oder deine Munition macht Feuer-Damage oder solche Geschichten. Kannst du dann für einen entscheiden. Und das ist aber immer nur aktiv für einen Run. Also so ein bisschen wie so ein... Klassisches Roguelike-Element. Ähm... Ja, dann kannst du natürlich noch upleveln. Gibt hier verschiedene Stats. Ähm... Wo ich jetzt auch noch nicht hundertprozentig genau weiß. Witch-Fire sind quasi die Seelen. So habe ich das verstanden. Das heißt, du kriegst mehr Seelen. Witchery ist, glaube ich, einfach Zauberei. Endurance ist... Man sieht es ja da. Stamina. Und Dash-Speed ist auch selbst erklär... äh... Dann Healing ist auch klar. Und Vitality ist einfach HP. Eigentlich alles relativ... Äh... Leicht verständlich. Also so... Ich würde mal sagen, nach... Nach Viertelstunde, 20 Minuten hat man eigentlich so... Alles verstanden. Und was... Das finde ich echt angenehm. Also es ist halt auch so... Painkiller war ja auch so... Ein bisschen Kopf aus und rein da. Aber es macht halt Bock. Plus... Es spielt sich... Der Flow ist super. Also wer ähm... Painkiller nicht gespielt hat. Das war ja ein... Sie haben ja versucht, so ein bisschen in diese... Quake... Ähm... Schiene reinzukommen. Und dementsprechend... Ähm... Also mehr so Challenge-Pro-Mode. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber mit viel Air-Control und präzisen Sprüngen und so. Und es steuert sich wirklich sehr fluffig. Also ich... Sehr direkt. Sehr gute Steuerung. Und ich weiß gar nicht, was das hier eigentlich ist. Egal. Ähm... Also... Was auch direkt von Anfang an so ein Double-Jump. Kommst echt schnell voran. Ähm... So und jetzt gehen wir mal rein. Ich bin wie gesagt noch im ersten Level. Das ist hier diese Island of the Damned. Ähm... Äh... Es gibt hier aber, äh... Wie man sieht, noch andere Level, die man irgendwie freischalten kann. Aber da kann ich jetzt noch nicht hin. Äh... Wir sollen den Turm in diesem Level uns genauer anschauen. Or acquire resources and escape back to the Herm... Midi... Äh... Whatever. Ähm... Also zum Hub. Oh, ich muss diesen... What the heck you do? Hexen-Affre... Äh... Hexen-Affre. Danke für deinen Sub. Und, ähm... Danke, Leute. Ja, ihr werdet jetzt gleich sehen. Das Ding ist, es hat halt so ein bisschen... Also Gegner spawnen hier auf der Map. Das ist jetzt die Map von dieser Welt. Und ihr seht hier so bei den Totenköpfen, da spawnen Gegner, glaube ich. Ich hab's auch noch nicht alles verstanden. Ähm... Hier zum Beispiel, das heißt Extremely Dangerous. Also hier sind Spawn halt heftigere Gegner. Und man muss halt... Und das ist so Tarkov-mäßig. Wenn du, ähm... Sachen gefunden hast und willst sie nach Hause bringen, dann musst du halt irgendwann wieder zum Portal. Kommen. So, und dann gibt's halt alle möglichen Sachen. Wobei ich jetzt aber auch noch nicht alles weiß, was das hier ist. Ähm... Und es gibt bestimmt auch noch Sachen zu entdecken, die nicht auf der, äh... Karte angezeigt werden. Und ja, und hier ist der Turm. Und den sollen wir halt irgendwie erforschen. Bislang bin ich aber noch gar nicht... So wirklich nah an den Turm gekommen. Und ich glaube, je länger man in der Welt ist... Aber das hab ich auch noch nicht hundertprozentig rausgefunden. Je länger man in der Welt ist, desto mehr Gegner spawnen und desto gefährlicher wird's. Hier ist übrigens der Turm. Und, ähm... Ja, mal gucken, wie weit wir jetzt heute kommen. Auch sehr präzise übrigens. Das ist... Kennt man auch von Painkiller. Die Steps... Also, man hört exakt, wo die Gegner sind. Ich mag sowas, ja. Oder sagen wir so, ich mag's nicht, wenn man... ein Geräusch hört. Und nicht zuordnen kann, wo's ist. Hier kann man's sehr gut zuordnen. So, und da ist unser erster Perk. So nenn ich das jetzt mal. Unser Arcana. Jetzt hier hingehen. Na? So, jetzt hab ich drei zur Auswahl. Plus... Also, zwei zur Auswahl. Und eins muss ich erst freischalten. Dafür brauch ich so Ravenfeathers. Was heißt das? So Adlerfedern oder so. Rabenfedern. Hab ich aber jetzt grad nicht. Also, kann ich das nicht freischalten. Das heißt, ich kann mich nur zwischen den beiden entscheiden. Also hier... Bullets do more damage to enemies affected by elemental magic. Und... Killing an enemy affected by elemental magic. Temporarily boost RPM. Was ist denn RPM? Rounds per minute of non-automatic weapons. Ja, bringt mir alles nicht so viel. Man kann das, glaub ich, auch nicht austauschen. Ja, egal, glaub ich das. What ifs? RPM? Rounds per minute? Was bein' die damit? Man muss ja... Oh, fuck. Man muss ein bisschen aufpassen. Ich hab nur eine Flask in dieser Map. Runden links seht ihr das. Das heißt, und man kann hier teilweise sehr schnell viel Damage nehmen, weil die halt auch Schusswaffen haben. Da muss man sich halt erstmal dran gewöhnen. Es ist halt ein... Ein Shooter. Ich mag, wie präzise man hier... Wirklich... Zielen kann. Und man muss aufpassen, weil die können halt auch wirklich hinter einem... Spawn. Oh, shit. Diese dummen Homing-Dinger. Die mag ich nicht. Das ist auch ein bisschen dumm. Diese Schüsse von diesen Geistern, die sehen genauso aus wie hier. Das ist jetzt zum Beispiel diese roten Sachen. Das sind Seelen. Also, so nenne ich das einfach. Witchfire ist das. Oh. Witchfire ist das. Oh, da hat irgendwie das Geräusch gefehlt. Denkt dran, es ist noch Early Access. Also, ich weiß gar nicht wann... Ich glaube, so erst nächstes Jahr rauskommt, das Spiel. Aber da kann sich natürlich noch so im Balancing und so... Kann sich da noch eine Menge ändern. Ähm... Ich habe ja auch keinen... Das ist kein Placement oder so. Ich bin wirklich sehr... Boah. Das war mein Zauberspruch. Sehr angetan von dem Spiel. Deshalb rühre ich hier so ein bisschen die Werbetrommel. So, zweiter Perk. Was kriegen wir diesmal? Safe Reload. Temporary Damage Resistance after Reloading. Das ist nicht so schlecht. Weapon Kills Partially Rolled. Also, das ist geil. Ups. Wie gesagt, wenn man nicht über Kimme und Korn zielt. Es gibt auch verschiedene Munitionstypen. Allerdings habe ich noch nicht so richtig raus, wie man die wechselt, ehrlich gesagt. Was ist das? So, Tiny Witchfire Shard. Das sind einfach Seelen zum Poppen. So, kann ich nicht fehlen, ne? Es macht wirklich... Also, ich kann es nicht anders sagen. Ich habe die anderen... Es gibt verschiedene Klassen übrigens zum Auswählen. Ich habe hier diesen... Mit dieser Waffe genommen. Es gibt ganz viel unterschiedliche... Es gibt sechs, glaube ich, zur Auswahl am Anfang. Die unterschiedliche Startwaffen haben. Will ich auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Aber diese Waffe macht schon extrem Box. Das ist wirklich sehr präzise. Aber bislang habe ich auch noch keine andere Waffe gefunden. Ich weiß, es gibt andere Waffen. Aber ich habe noch keine andere gefunden. Increased Chance for Slainers to Drop a Healing Alexei. Das ist gut. Das ist gut. Denn, wie gesagt, wir haben nur eine Flass. Das heißt, Gegner, die Heilung droppen, ist super. Also, es gibt andere Waffen, auf jeden Fall, glaube ich. Weil es gibt Waffenslots. Was ist denn das? Also, hier. Du kannst hier... Das ist das, was ich gerade mache. Beim Research, ne? Ich researche gerade so eine Long Weapon. Und hier meine Research ist jetzt komplett. Wenn ich zurück ins Hub gehe, kriege ich eine neue Close-Ranged Weapon. Also, man muss halt die neuen Waffen erst erforschen. Und dann kann man die noch upgraden. Aber, wie gesagt, es gibt auch noch andere Klassen, die man spielen kann. Ich spiele jetzt den Prayer. Aber es gibt, wie gesagt, andere Klassen mit anderem Equipment und Zaubersprüchen. Da fällt mir ein, habe ich nicht Feuerballs? Ja, Feuerballs. Ich benutze das irgendwie fast nie. Ja, Zauberspruch. Was ist da oben? Na, fast. Wo ist er? Die können sich nämlich beamen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Beam this. What the fuck? Jetzt muss ich mich heilen. Das war die Flask. Mann, ey. Oh, oh. Jetzt habe ich ihn. Was ist... Oh, geil. Da freut man sich immer richtig drauf, wenn es so einen Perk gibt. Increased non-critical... Increased non-critical Weapon Damage? Increased weapon Damage at full health. Habe ich sowieso nie. Dann nehmen wir das. Ich dachte, die Gegner droppen health. Aber irgendwie ist das die Prozentrate sehr gering. Was ist das? Sealed away with intricate magic. Required Gnosis 1. Okay, Gnosis 1 habe ich scheinbar nicht. Das ist auch irgendwas, was man erforschen muss im Hub. Das kriegst du erst freigeschaltet, wenn du gewisse Goals erreichst. Ich glaube, wie eine Anzahl von Gegnern oder solche Geschichten. So genau weiß ich es noch nicht. Hier war doch gerade irgendwas. Da. Das ist auch ganz gut, weil das sind Dinger, die nimmst du mit, auch wenn du stirbst. Also es ist ähnlich wie bei Souls. Die Seelen unten rechts, seht ihr das, über der Munition. Also 7100 Seelen. Die sind natürlich weg, wenn ich sterbe. Aber wenn ich die Items, die ich finde, also Seelen in Itemform, die bleiben. Deshalb ist das ganz praktisch. Was noch ein bisschen schade ist, wie man hier auch sieht. Es gibt jetzt nicht so viel zu entdecken. Außer den Gegnern halt. Außer den Sachen, die eingezeichnet sind auf der Map. Also hier sind, zumindest habe ich noch nicht viel entdeckt. Wie gesagt, das ist die erste Map. Aber ich habe jetzt hier noch nicht so viele. Geheimnisse oder Dungeons oder so entdeckt. Was ist das? Gold. Zwei Gold. Das erscheint irgendwie wenig zu sein. Aber vielleicht ist Gold hier wirklich sehr selten. Da ist doch noch was hier. Angelica. Wir sind jetzt auf dem Weg nach da. Was ist hier? Highly dangerous. Wir gehen erstmal rein. Vielleicht entdecken wir noch was auf der Map. Hier bin ich auf jeden Fall noch nie lang gegangen. Kann natürlich sein, dass man noch... Ich weiß ja nicht. Wahrscheinlich gibt es später noch schwerere... Schwierigkeitsgrade. Also wie gesagt, es ist Early Access und ich habe es erst anderthalb Stunden gespielt. Ich bin ja wahrlich noch nicht der Experte in diesem Spiel. Hier ist eigentlich auch immer Action. Hier sage ich es. Ich bin ein Perk. Flashover. Critical kills make burning enemies explode. Enemies killed when burning. Collapsed to fire orbs. Ich muss mal meinen Zauberspruch glaube ich häufiger benutzen, weil ich habe Feuerbälle, die ich aber irgendwie nie benutze. Es gibt übrigens hier auch noch so eine Nahkampfattacke. Was praktisch ist manchmal. Man kann noch Schlüssel finden für verschlossene Kisten. Ich glaube, die können auch random drops sein. The hunt is moving closer. Spoo something out. Also, das Portal hat wieder irgendwas rausgespuckt. Wahrscheinlich das hier. Ich meine, ich hatte auch irgendeine Quest, wo ich dieses Schiff entdecken sollte. Aber vielleicht habe ich das auch schon. Ich weiß nicht, was mich sonst... Ich glaube, da kommt man nicht hin. Wir gehen mal Richtung Turm. Da oben ist auf jeden Fall immer böse Action. Das Gute ist, wenn man stirbt, man kann einmal zurück in die Map und seine Sachen holen. Vorausgesetzt man schafft es. Aber die Map ist relativ klein. Also, die Chancen sind ganz gut. Na genau. Hier ist eigentlich immer Action. Ah, das ist dieser Perk. Wahrscheinlich, wenn da... Oh! Wo ist er? Was ist hier gedroppt? Ein Schlüssel. Okay. Supply, chest key. Und nochmal ein Perk. Was haben wir hier? Das Problem ist, man kann Zaubersprüche nur so selten benutzen irgendwie. Das ist... Fand ich noch ein bisschen schade. Da kann man sich wahrscheinlich auch noch entsprechend leveln oder so, dass das mehr wird. Aber... Wenn ich jetzt mal hier diese Feuerbälle... Ich verballer jetzt mal hier. So, diese Zaubersprüche. Und dann seht ihr da links... Über dem Radar... Das ist so eine Faust. Und rechts daneben... Sind die Zaubersprüche. Und ich habe noch nicht so gecheckt... Wann man die wieder benutzen kann. Also, da lädt sich ja auch irgendwie nichts auf. Vielleicht muss man erst ein bisschen... Gegner killen oder so. Die laden sich durch Gegner kills auf. Ah, okay. Das macht Sinn. Ähm... Da kann man wahrscheinlich auch noch irgendwelche Perks finden, dass das schneller geht oder so. Wer seid ihr denn? Ah, ihr seht es. Jetzt habe ich hier zwei Gegner gekillt. Es hat sich ungefähr ein Viertel gefüllt. Also... Man kann auf jeden Fall die Zaubersprüche... Zumindest am Anfang jetzt nicht krass spammen. Und dann... Die Location und Translation des Obelisks wurden zu eurem Map geändert. Irgendwas wurde geändert. Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Man sieht das hier kaum. Die roten. Mal hier. Erinnert an Painkiller. Es ist auch von den Painkiller-Machern. Also, es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass es so ein bisschen danach aussieht. So. Wo ist denn der Turm? Achso, wir stehen direkt dran. So, das ist gefährlich, das Ding da vorne. Da kommen dann immer sehr viele Gegner raus. Aber ich schätze, man muss das irgendwie handeln. Ich habe auch nicht mehr allzu viel Munition, fällt mir gerade mal so auf. Das heißt, wir müssten eigentlich zur Ammo mal hin. Kann man auch markieren auf der Map. Vielleicht nicht die dümmste Idee. Kann immer. Es gibt Falling Damage übrigens. Ich sage es nur, weil mir wahrscheinlich gleich was Dummes passiert. Wo ist denn diese? Die ist hier direkt. Okay. Hier müsste irgendwo eine Kiste eigentlich sein. Da. Sehr gut. So, Demonic Ammo. Das habe ich auch noch nicht verstanden. Kann man irgendwie zwischen der Munition wechseln? Und ich habe das noch nicht. Reload. Next Weapon. Terraciary Weapon. Quick Weapon. Hm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich schon echt ganz gut Material gesammelt Wir könnten jetzt Was machen wir denn? Ich bin fast gewillt zu versuchen die Sachen nach Hause zu bringen, aber die Dinger würden mich auch noch interessieren. Was hat es hier nicht? Ceremonial Obelisk Vielleicht checke ich das doch ab Die Gier, es ist immer die Gier, Leute Demonic Ammo ist für eine andere Waffe, sagt Ditcher Okay Dann habe ich die Waffe noch nicht Aber mein Research müsste eigentlich mir zwei neue Waffen bringen, wenn ich wenn ich wieder in die Base gehe Aber jetzt checke ich erstmal hier Achtung, wir müssen hier aufpassen und dann gehen wir hier zu diesen zwei Dingern und gucken, was das ist Moment, das ist doch hier Ach, das habe ich schon benutzt Okay Und da Ist das das nächste? Das und Habe ich beide schon aktiviert oder was? Ey, ich raff's nicht Es scheinen diese Dinger hier zu sein Okay, es scheint schon irgendwie aktiviert Ey, komm, wir versuchen das Portal Wir versuchen, ne, ich meine den Eingang Nicht das Portal Hier Ich sag ja, das sind Fucker die Typen Jetzt habe ich schon einen Treffer und ich bin weg Vor allem mehrere von denen Ich dachte, die droppen mal Health, aber die droppen halt nix Oh shit Was ist das? Oh shit Boah, was? Boah, das war knapp Ich glaube, ich habe es überlebt Oh nein, da kommen noch mehr Eieiei, wieso brenne ich denn? Habe ich es überlebt? Ich glaube, ich habe die Welle überlebt, oder? Ich bin fast tot Ei, ei, ei Kein Drop nix, ne? Kein Health Kein Perk Ich bin ganz alleine Eintreffer und ich bin tot Verdammt Da drin ist bestimmt ein Boss oder sowas Nicht da rein Charge Statue with Volatile Was? Charge Statue with Volatile Witchfire Okay, ich habe beide Statues mein ganzes Geld ausgegeben Fast Okay, was passiert? Leute, das ist auch für mich das erste Mal jetzt hier Innerhalb Oh, was ist das? Ist das Heilung? Okay, das sind einfach Zaubersprüche Oh, ich habe mich aus... Ne, doch nicht Was ist das? Scarlet Coast Chart Navigation Charts are used Ah, okay Ich glaube Eine neue Insel A note signed with a prayer signal Prayer's note 1 Okay, ich habe keine Ahnung Was ist hier The inscription How do you want to meet Gnosis 2 Gnosis 2 Gnosis 2 Gnosis 2 Gnocchis 2 Das ist irgendwie... Kann ich das alles noch nicht Benutzen hier Oh, diese Geräusche machen mich wahnsinnig Muss ich hier rein oder ist das Insta-Death? Ist das gar nichts Ist das irgendwas? Ich kann hier auch nicht interagieren Ich glaube Das war im Prinzip Ich glaube Das war das Main Goal Sozusagen Ich habe neue Zaubersprüche Und so gekriegt Ich habe vor allen Dingen Eine neue Insel gekriegt Und für die anderen Sachen Was auch immer man hier machen kann Fehlt mir noch dieses Gnosis Level Das muss ich erst Erforschen Aber ich glaube Ist hier noch was? Ne, oder? Kann man hier vielleicht noch irgendwo hoch? Meint ihr? Oh Vielleicht kann man hier Ich habe natürlich jetzt Schiss Hier runterzufallen Und dann sterbe ich hier Das wäre natürlich richtig dumm Hier drin zu sterben Ich glaube Ich versuche nach Hause zu kommen, oder? Das ist der beste Weg So Hier links Das ist natürlich gefährlich Heißt rot? Wenn die rot sind, heißt das Ich habe die schon gemacht, oder was? Es könnte sein, dass ich da schon gekämpft habe Es könnte auch sein, dass da irgendwas auf mich wartet Da ist auf jeden Fall irgendwas Irgendwas The location of the obelisk were added to your map Okay Habe ich nicht einen Ring bekommen? Fragt chat Ich habe zwei Schlüssel Also einen Ring sehe ich jetzt hier nicht Das kann man sowieso glaube ich alles nur im Hub ändern So wie ich das verstehe Jetzt wird es spannend Ich hoffe, dass da Keine harten Gegner sind Sonst könnte es schwer werden Hier wieder irgendwas auf der Map gezeigt Was ist diese Obelisken? Ich glaube, den habe ich noch nicht abgecheckt, oder? Muss ich alle Obelisken Einmal aktivieren für irgendwas Geiles Das Da ist schon wieder einer Hier war ich doch schon Hier habe ich glaube ich doch schon Alles gecleared Lass mal nochmal hier Ah guck, das wird mir zum Beispiel Was immer da auch ist Also was immer das hier auch ist Wird mir auf der Map gar nicht angezeigt Dieses Ding hier Interessant Das heißt, es gibt doch mehr zu entdecken Als Man vielleicht annehmen mag Ich muss hier hoch Komme ich da her? Habe ich doch schon aktiviert Mann ey, wieso zeigt er mir das denn dann Auf der Map nicht an Dass ich den schon Aktiviert habe Hey, mit Wukong bin ich noch nicht durch Wukong wird auch weiter gezockt, Leute Alles wird gezockt Alles wird gezockt Ich streame ja noch ein paar Jährchen Hoffentlich So, ich glaube ich habe alle Obelisk Habe ich irgendeinen Obelisk Nicht? Das ist doof, dass das nicht Auf der Map angezeigt wird Äh Und das wird auch immer noch angezeigt Ach, der zeigt die nur an Wenn die aktiviert sind Sagt Chat Okay Egal, wir gehen nach Hause jetzt erstmal Und holen uns unsere Upgrades Ich habe ein bisschen auch Schiss Da ist unser Portal Ab nach Hause Mach die Hütte auf jetzt hier Ich bin mal gespannt, ob es hier richtige Bossgegner gibt Bei Painkiller gab es ja so richtig riesengroße Bosse Ähm So Escape successful 42 Kills 0 von 1 Event 2 von 7 Chess Okay Treasure Witchfire Crystals Und Research Seht ihr? Dann wird ordentlich belohnt So New gear awaits in the gunroom Research concluded in the workshop Okay Eins nach dem anderen Das ist nämlich jetzt die Belohnung Hier können wir jetzt Potions machen Okay Was glaube ich immer sinnvoll ist So Und dann gehen wir Ins Hub Einen habe ich noch So Das hier ist Einfach Level Up Wäre nicht so viel Das ist sehr teuer Also 7000 Seelen Sind da nicht viel Ähm Was machen wir denn? Spell Recharge Speed Ist glaube ich nicht schlecht Obwohl das schon sehr hoch ist Bei uns der Wert Und trotzdem dauert es ja Relativ lange Bonus Witchfire Ist natürlich auch immer gut Luck Weiß man nicht Healing Efficiency Und natürlich Heilung Endurance Find ich auch gut Komm Ein bisschen auf Endurance So Für mehr reicht es schon nicht Ein Level Knosses 2 Dieses Knosses Ey So Jetzt haben wir hier Interessante Sachen Hier gibt es erstmal Eine neue Waffe Und zwar eine neue Close Range New Weapon Psychopomp Shotgun Fast firing Regenerates More than ammo Uses stamina Find it in the gun room So und dann kann man Weiter erforschen Äh das ist noch Anerwählen Wir können zum Beispiel Mal einen Heavy Spell Erforschen Ich könnte das jetzt Boosten Ich habe dafür Diese Münzen gefunden Aber ich spare mir Die noch auf Zur Zeit kann ich Zwei Forschungsprojekte Gleichzeitig machen So wo finde ich Jetzt die Waffe Wo war das Wahrscheinlich hier Ne Equip Gear Da Psychopomp Das ist meine erste Neue Waffe Da bin ich richtig Gespannt wie die Sich jetzt spielt Heavy Spell Habe ich wie gesagt Noch nicht Aber ich habe Hier Zaubersprüche gefunden Fire Breath A Fire Breath Strict Turned Deadly Unimaging Enemies And Recharging Melee Komm Dann müssen wir es ja mal ausprobieren Okay Kein Ring Übrigens Wie man hier sieht Kein Fetisch Und kein Relik Da ist die neue Waffe Aber die kostet Die wirklich Stamina Das ist ja ein bisschen Da unten links Und die hat ein Unfassbares Geekpoil Ey guck dir das an Lädt auch noch 100 Jahre Weiß nicht ob das Die beste Waffe ist Die man finden kann Im Spiel Aber egal Immerhin eine Alternative So Enhancen kann ich Nix Man kann hier übrigens auch Dann gucken Wie man die Waffe Auf Level 2 kriegt Also ich muss noch 15 Gegner Killen Und dann Second Mysterium Incantation Da weiß ich nicht Was das ist Was das bedeutet Hier Second Mysterium Incantation Kann ich mir Nix drunter Vorstellen So Hier kann man Knosses machen Was immer Was immer Das ist Study Knosses So und da steht Wie man das macht Für 12.000 Seelen See the Scarlet Coast Shipwrecks Tja Scarlet Coast Shipwrecks Die müssen wir einfach nur sehen Und dann mit 12.000 Seelen kommen Also eigentlich Sollte das Machbar sein Vorausgesetzt Wir wissen wo diese Scarlet Coast Shipwrecks sind Ich dachte das ist dieses Schiff Das kaputte Aber scheinbar Nicht Aber ihr seht man kann hier so echt noch viel erforschen und so es ist echt Es ist nicht zu komplex Oh man ich sehe fast nichts Es ist nicht zu komplex Aber Es hat schon auch ein bisschen was zu bieten Hier sind zum Beispiel noch Alter ich glaube ich muss hier mal Gamma hochfahren Ich sehe ja überhaupt nichts Knosses Okay leck mich am Arsch mit Knosses Sealed away with intricate magic Ja also diese Knosses Stufen die braucht man Wie man sieht überall verschlossene Sachen Von denen wir noch nicht so richtig wissen Was sich dahinter verbirgt So Ja und das war jetzt so ein Run Ist hier noch irgendwas Neues Ne ne Hier ist übrigens unsichtbare Wände Also keine Angst hier runter Zu fallen Das eine Ding Will ich nochmal hier Was ist hier unten eigentlich This area is currently unavailable Da scheint aber auch noch irgendwas zu kommen Follow the Ashen lines To recall what it means To be a prayer Ach so This is no tutorial Ja okay Ja fuck you Alles klar So Ah ja okay Scarlet Coast Da müssen wir die Dinger sehen Und da können wir jetzt auch hin Wir können jetzt also auf die zweite Map Wir können natürlich nochmal auf die gehen Und sozusagen Farmen Aber wir können uns jetzt auch mal hier die neue Map angucken Kill the Witches Familia Or acquire Resources Ja okay Eine Ah klar Das ist das grüne Dormant Portal An Anomaly An Anomaly An the crossing of ley lines You can turn it into a portal Back Single use Okay Pentagram Dangerous Area Check me out Und wir sollen Wir müssen irgendwelche Shipwrecks Auf dieser Map Auf jeden Fall finden Kann ich da hin Anomaly Okay. The hunt is moving closer. The hunt is moving closer. Was ist das hier? Ist das was? Es ist immer gut, an so rote Kisten zu gehen und die... ...erst mal zu schlagen. Huch. Was hittet mich denn hier? Alter. Ei, ei, ei. Noch kein Perk gekriegt übrigens. Siehste, das hätte auch... ...schlauer... ...genutzt werden können. Das Gunplay ist super. Wirklich, es ist wirklich super. Ich sag's euch, Leute. Es ist sehr präzise und es ist... Oh. Sehr befriedigend. Okay, die Waffe ist komplette Scheiße. Und so viele Gegner musste ich jetzt töten, damit hier der erste Perk kommt. Okay, von diesen Federn habe ich immer noch keine Chaosflame. Bullets randomly cause double damage to burning enemies. Immer dieses... ...nur bei burning enemies. Das ist halt blöd, weil man so wenig zaubert. Deshalb bringen diese Perks, die auf Zauber basieren, zumindest jetzt am Anfang noch nicht allzu viel. Was ist das? Was war das? Viel Mysteriöses immer auf den Maps. Ich glaub, der will, dass ich ihm folge. Hier, dieser Lichtstrahl, kann das sein? Ach, guck mal hier. Füßabdrücke. Füßabdrücke vor allem. What the fuck? Nein, ich hab ja sogar noch ne Flask gehabt. Sag. Aber man kommt schnell wieder rein. Das ist das Schöne. Wie gesagt, das Spiel ist echt sehr Quality of Life bedacht. Da oben liegen meine Seelen. Kann ich jetzt also gleich wiederholen. Allerdings natürlich jetzt hier wieder Enemies. Natürlich ein Anfänger vielleicht. Ich hatte ja auch noch eine Flask. Aber es war sowieso nicht gut gemacht. So. Das machen wir natürlich als allererstes. Unseren Stuff holen. Ach guck mal, das Fass ist aber weg hier. Das Explosionsfass. Das ist ein Anfänger. Was ist das? Irgendwas passiert hier. Der Vorteil ist an der Shotgun, dass sie sehr schnell hintereinander schießen kann. Es macht wirklich Bock, Leute. Ich sag's euch. Ich würde es nicht sagen, wenn es nicht stimmt. Ich glaube, das wird noch geiler, wenn du mehr Skills, mehr Waffen hast und so. Und dann noch so ein bisschen schneller. Jetzt ist alles noch so ein bisschen auf Sparflamme. Ich glaube, das kann nicht sagen, ob das Langzeitmotivation hat, wie einen irgendwie für 100 Stunden hier an den Bildschirm fesselt. Aber momentan gefällt mir fast alles dran. Einzige, was ich wirklich zu kritisieren habe, ist mit den Zaubersprüchen. Aber auch da kann ich natürlich nicht sagen, ob sich das nicht später noch bessert. Also, dass man die häufiger benutzen kann. Die sind natürlich auch sehr mächtig, muss man sagen. Also, wenn man die dauernd spammen könnte, wäre es auch zu einfach. Aber momentan ist mir das noch ein bisschen zu selten. Achso. Aber ich verstehe ehrlich gesagt auch nicht, dass das nicht Koop ist, ne? ASD Ryan schreibt's auch gerade. Das ist eigentlich prädestiniert für Koop. Vielleicht kommt das noch. Wie gesagt, Early Access. Ob hier was gehört? Da höre ich doch was. Aha. Was ist das hier? Shard of the Mask of Elias. Okay. Hier sieht man auch sehr schön auf Distanz. Das ist die Waffe nicht so gut. Deshalb habe ich auch eine Sniper erforscht. Och, das dumme Strohdach, ey. Nein. Boah. Aber ich glaube, man kann gar nicht runterfallen. Okay. Okay. Ich höre hier Steps. Da oben irgendwo. Sind das nicht die Shipwrecks, die ich mir angucken sollte? Vielleicht hat er das registriert. Oder auch nicht. Okay. 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 Und ein Perk. Dauert hier auf dem jetzt schon deutlich länger mit dem Perk. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Also ab wann die kommen. Gibt es dafür irgendeinen Indikator oder so? Egal. Wir nehmen die Piercing-Bullets. Vom Piercing-Huber. Der Piercing-Huber. Der liegt ja immer noch, ey. Diese Headshots, die sind auch irgendwie sehr befriedigend. Immer wenn du eine Arena... Aha. Also wenn ich so einen Totenkopf quasi, so eine Gruppe von Gegnern... ...kille... ...dann kriege ich einen Perk. Jetzt habe ich das verstanden. Okay, und Rot heißt, den habe ich collected, ne? Oder wie? Aber habe ich nicht schon zwei collected? Okay, so langsam... So, hier ist wieder Fuß-Guy. Gucken, was der trickst. Das ist bestimmt ein Trick. Wiseman's Corner. Letter protected by a Calamity Hex. This remnant of the old age radiates with black magic. If you decide to pick it up, its power might bring unknown dangers upon you. Curse risk moderate. Cleanse. So, was hat das jetzt gebracht? So, was hat das jetzt gebracht? Was hat das jetzt gebracht? Das war der, oder? Hm. Das hat mich jetzt 4.000 Seelen gekostet. Aber why? Das ist ja so ganz... Oh nein, jetzt sind die Fuß... Doch, da hinten ist er. Oh. Alter. Das war ja gemein. Die Northern High Road. Das riecht nach Gegnern hier. Der lockt mich doch in eine Falle. I can tell. Ich hab nur... Da sieht man, die Zaubersprüche sind schon... sehr stark. Da ist ein Portal. Wo bringt er mich hin? Wo bringt er mich hin? Was ist das? Die vergiften sich selbst durch ihre Giftexplosion. Was ist das? Das macht schon Bock. Gerade wenn so viele Gegner auf einmal da sind und man denen so schön einen Zauberspruch reinquetschen kann. Was ist das? Ah, Rage! Hab dich! Hey, es macht wirklich Bock das Spiel! Increased Non-Critical Weapon Damage. Das ist schon mal gut. Increased Weapon Damage when all spells are drained. Aber wie viel? Es steht leider nicht da, wie viel. 20% ok, jetzt wissen wir es. Was ist das? Ach so, das ist Geld, oder? Das sind diese goldenen Münzen, kann das sein? Wo steht das nochmal? Ach, keine Ahnung. Wo sind die Füße? Wieso sind hier überall jetzt so rote Spratze? Ich weiß nicht, oder? I don't know. Guck mal hier, diese roten Spratzer. Why? Why, why, why? Und wo sind die... Wo sind die Füße, denen ich die ganze Zeit hinterher... Habe ich die jetzt verloren oder was? Weil ich zu lange nicht aktiviert habe oder so? Das wäre ja ärgerlich. Aber ich sehe sie nicht mehr. Also hier auf der zweiten Map gibt es schon deutlich mehr zu entdecken. Guck mal! Ist nix Mann, jetzt habe ich die Fußspuren aus dem Das nervt mich jetzt ein bisschen Es waren halt auch viele Gegner Ich musste mich ja um die kümmern Da oben ist irgendwas Was ist das? Was ist das hier? Also ich kann es echt nur empfehlen Leute Mir macht es richtig Bock Es ist halt noch Early Access Es kommt wahrscheinlich noch Content dazu Und es kostet 35 Euro Also ist jetzt auch nicht wenig Gerade für ein Early Access Spiel Aber es ist auch schon sehr gut spielbar Also ich habe hier bislang keine Abstürze Oder Bugs oder sonst irgendwas Wir könnten jetzt hier raus Aber wir wollen natürlich wissen Was da oben ist Shipwrecked Beach Den muss ich doch für Gnosis 1 Komm ich da hoch Nein Nein Da Der Double Jump ist manchmal ein bisschen Hier Das wollte ich Jetzt können wir da drauf Und hier hoch Und dann sind wir hier oben Aber hier ist nix Sondern hier muss ja irgendwas sein Hä Hier sind auch die Texturen Sind hier ein bisschen Verwaschen Vielleicht soll ich gar nicht hier sein Shouldn't even be here today Hier ist wirklich nix Gibt's doch nicht Da oben vielleicht Da oben vielleicht Nix Im Ernst Ist halt kein Elden Ring Ist halt kein Elden Ring Ja nun Dann gehen wir wieder runter Vielleicht random Was haben wir denn noch auf der Map Wir haben diese Pentagramme Das wollte ich noch abchecken Wir können jetzt natürlich sehr verlockend Jetzt hier mit dem Portal Direkt einfach nach Hause Zu düsen What the fuck Boah das mich erschreckt Bei Elden Ring wäre da jetzt ein Arteria Leaf gewesen Na komm Da hätte aber auch was geiles sein können Eine geile Waffe Aber wahrscheinlich hast du recht Im DLC wäre da auf jeden Fall Seelen im Wert Oder so ein Upgrade Material Für eine Level 1 Waffe oder so Das ist das Shipwreck Ding glaube ich Was ich Für den Knosses finden muss Den Knosses Soll ich das noch irgendwie aktivieren Oder passiert hier was Okay da hinten geht auf jeden Fall Irgendwas ab Oh Da hinten ist auf jeden Fall Extremely dangerous Aber hier ist irgendwie nix Ich glaube ich kann hier auch nicht Kann man ins Wasser fallen Bitte Nee Okay hier ist unsichtbare Wand Fair Fair Sehr fair Aber hier ist irgendwie nix Boat Graveyard Das muss ich mir noch Ah ist ne Kiste Wie war das Boat Graveyard War doch was ich suche Was ich mir angucken soll Uh Feathers Nice Jetzt hab ich endlich mal diese Federn Mit der ich diese Ähm Arcana Freischalten kann Hm 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 Da ist nix. Und hier kommt jetzt die Dangerous Area. Aber egal, oder? Machen wir jetzt. Okay, auf die Distanz. Jetzt hätte ich gerne meine Sniper schon. Ich fürchte, ich muss näher ran. Ich will zumindest den Swordsman. Schau mal hier. Aus dem... Drei Damage auf Distanz. Das ist natürlich auch echt... Was ist das? Ist das gut oder schlecht? Das ist schlecht. Wo kommt denn der her? Wo kommt der denn her? Wir suchen uns eine andere Position, um die zu snipen. Das ist ja kein brennendes Fass. Jetzt stirb halt. Ich geh rein. Ich geh rein. Ich weiß es. Ich weiß es. Boah. Ich sag doch, reingehen ist ne dumme Idee. Ei, 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 ei. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Oh Gott. Ich treff jetzt zu nervös. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ich hab nix mehr zum heilen. Oh, Alter, was geht ab? Oh, Mann, es sind einfach zu viele, sorry. Von allen Seiten. Ich kotze. So, wir kriegen aber neue Waffen. Und holen uns gleich die Seelen zurück. So, wir claimen erst mal unsere neuen Waffen hier. New Weapon, Hypnosis, Bolt, Action Rifle. Und ein Heavy Spell. Cursed Bell, spawns a Cursed Bell. Firing at the bell tolls it, stunning all nearby minor enemies. Okay. Um... Das war's für heute. Also dieses mit dem Erforschen von neuen Waffen finde ich total cool. Ich raffe nur immer noch nicht, ob das random ist, was man dann kriegt, oder ob das einer besonderen Reihenfolge. You have no items in the stage? What? Ah, hier. Hypnosis. So, das ist Dämonic... Ah, okay. Eine Dämonic Weapon. Okay, aber ich kann hier die Cursed Battle... Das Spiel ist solo spielbar. Es ist ein Singleplayer-Game. Bislang gibt es hier noch keine Multiplayer- oder Koop-Variante. Ich weiß auch nicht, ob die überhaupt geplant ist. Okay, wir gehen jetzt erstmal unsere Seelen zurückholen. Die miesen Schweine. Jetzt habe ich aber eine Sniper-Ampol. Sniper. Das ist natürlich sehr ähnlich wie meine Waffe, die ich eh schon habe. Aber vielleicht ist die besser. Mal gucken. Wo sind meine Seelen? Da. Ist gar nicht so weit weg. Allerdings bin ich auch einmal um die gesamte Map gegangen. Also es macht natürlich Sinn, hier die Gegner auch zu killen. Damit man die Perks kriegt, die Arcana. Die man halt nur killen kriegt, wenn man hier so einmal... Alle... In einer... Gewissen Umgebung gekillt hat. Oh, was habe ich hier entdeckt? Sprach er und ging weg. Ja, hier bin ich doch schon. Das Zimmer doch schon. Ich hole erstmal meine Seelen, Leute. Was macht das? Hat man. Das ist der perfekte Zeitpunkt für die neue Waffe. Okay, das ist... Halt... Wieso sollte das besser sein? Okay, schießt ein bisschen schneller, aber... War ja viel weniger Damage als meine. Ob das sich so gelohnt hat. So, da haben wir den Shit wieder. Ob das sich so gelohnt hat, ey. Das ist auch von der Reichweite nicht viel besser. That lame. Alter. Also, dafür, dass das Sniper-Rifle stand, bin ich jetzt schon ein bisschen enttäuscht, wenn ich ehrlich bin. Warum kein Damage auf diese Distanz? Ich habe auch noch gar keine Perks. Die wollen einen halt reinlocken. Ich verstehe es schon, aber ich will nicht. Die Distanz ist einfach zu groß für diese Waffe. Das waren die natürlich clever, dass die da hinten stehen. Ihr miesen Schwein. Dann hat mir die Shotgun natürlich ein bisschen mehr... Die war zwar auch nicht geil, aber die hat mir natürlich ein bisschen... ...mehr Alternat... Wow, was ist da schon? Ein bisschen mehr Optionen im Kampf geboten. Die Typen sind richtig krass. Die können einen One-Shotten. Nein. Okay. Du m sequences Schwein. Das war der Heavy-Zauberspruch, der Neue. Ich habe gerade das Leben gerettet. Oh nein, was laufe ich denn da rein? Ich trottel. Scheiße, ist das schwer, ey. Zumindest mit diesen Waffen. Das ist ja auch fies, dadurch, dass die auch einfach mal hinter einem gerne spawnen. Boah. Das war's. Es wird, es wird. Das ist ja die Übersicht. Du Sau. Boah. Eintreffer und ich bin, glaube ich, schon wieder Game Over, oder? Ach komm. Wo, 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 wo. Was zur Hölle? Alter. Alter Schwede. Uiuiuiui. Uiuiui. Aber überlebt. Noch. Waren das alle? Nein. Wie viele sind denn da, Alter? Oder spawnen die dauernd neu? Wie? Ey, das sind so viele. Kann das sein, dass ich da rein muss, was kaputt machen muss und die spawnen? Also ich hab das Gefühl, es werden einfach nicht weniger. Gerade von diesen... Man kann sich halt auch nicht richtig anschleichen, die sehen einen halt sofort. Das sind halt NPCs. Weißt du? Alter. Kommt doch mal her jetzt. Sehr gut, jetzt kommen sie. Nein, was war denn das? Der hat irgendwas auf den Boden oder so geworfen. Hä? Wir gehen direkt rein. Nein! Aber wir können ja direkt wieder hin. Das ist Gott sei Dank direkt... Hier so ne... Wir holen uns die Seelen wieder. Aber gut, ich hatte auch keine Perks, ne? Genau das, was ich gesagt hab. Man müsste sich vielleicht erst ein bisschen hochpowern. Ein paar Perks sammeln. Und wie gesagt, es gibt noch fünf oder sechs andere Klassen mit anderen Waffen und Eigenschaften, die ich noch gar nicht ausprobiert hab. Könnte sein, dass die mir noch viel mehr liegen oder doch viel geiler sind. Muss man auf jeden Fall auch noch ausprobieren. Das probieren. Uiuiui. Alter, die Nachlade-Animation aus der Hölle. Oh Gott. Mag ja nicht so sehr. Das Einzige was wir haben, ist ein bisschen mehr so ein Stamina-Balken bei Ego-Shootern. Okay. Last Elixir fully heals and temporarily increases health. Damage boosts for spells and weapons when stamina is fully drained. Beides nicht so geil. Aber wir haben Glück, wir kriegen eine neue Flask. So, wir holen unsere Seelen und dann clearen wir endlich dieses Gebiet da. By the way, ich glaube, ist das nicht die andere Seite von dem Gebiet? Kann das sein? Ja. Hier so, von so kommt man nämlich von hinten an die ran. Ja. 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 Schießt nicht. Schießt nicht. Schießt nicht. Also Schlüssel habe ich jetzt genug. Alter, das ist so mies mit dem... Ah ja, klar. Scheiße, ich muss zu meinen... Seelen. Das ist ja nicht klug, jetzt hier sich mit denen anzulegen. Aber wo ging das denn? Hier ging es doch rein. Hier können wir doch rein. Oh nein. Okay, wir haben unsere Seelen. Hä? Hä, das war Gift? Was zum Fick? Ich sollte nicht weiter kämpfen. Ich sollte nicht weiter kämpfen. Ich sollte Heilung suchen. Okay. Irgendwo noch eine Estus Flask finden. Struggelchen, vielen Dank. Ey, ich gehe hier raus, oder? Komme ich da wieder raus? The portal has closed. Nein! Aber da ist das Nächste. Und das habe ich schon geklirrt. Das müsste klappen. Guck mal, hier kann man auch oben lang gehen irgendwie. Kürste steps. Kürste steps. Kommt's direkt unter mir? I don't care. Pssst, da ist übrigens ne Kiste. Ich glaub hier drinnen. Hi, yeah, 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 yeah. Okay. Maybe that steps? Was liegt da? Schlüssel. Nehmen wir ein Elixier. Keins. Scheiße. Okay, komm. Nicht zu gierig sein. Da müssen wir hin. Aber wie komm ich da hin? Egal, wir gehen einfach hin. Egal, wie komm ich da hin, wir gehen einfach hin. Das sind die guten Vorschläge. Das ist irgendwie hinter diesem Berg, hab ich das Gefühl. Es könnte nur sein, dass ich ne Gegnerwelle abwehren muss. Das ist ja natürlich nicht so geil. So, Health Regain wär ein guter Perk. Oh, ich wusste nicht. Hä? Das müsste doch... Wo ist das scheiß Portal? Ist das da oben? Da ist es. Da wo ich grad drauf geschossen hab. Das ist auch geil. Geiler Skill. Du zauberst so ne Glocke und dann kannst du auf die Glocke schießen. Und dann macht die da... Resoniert die damit. Z... Zwei Minuten. Bis das... So. Das ist忘 mir da an, wenn ich dann würde, aber vielleicht sowas immigration habe. So, die haben wir heute gefunden, wickelt bei der Gegendung derreseалисьший an. Lizagrin... Oh, ein Treffer, Leute. Ich hab Schiss. Da ist das Portal. Es ist alles so knapp. Da ist noch einer. Wo ist er denn? Da. Oh, shit. Alter, ich leb noch. Aber jetzt bin ich... Brauchen wir mich nur angucken. Alter Schwede. Zeig dich. Ich kann mich nicht zeigen. Ich bin fast tot. Wo denn? Ich höre Steps. Die kommen aus dem Portal, oder was? Kann das sein, dass die aus dem Portal sind die gekommen? Jetzt nur noch 18 Sekunden. Deshalb. Komm, 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 komm. 11 Sekunden. Let's go, let's go. Wir gehen rein. Wir gehen nach Hause mit 16 Goldmünzen, 18.000 Seelen. Sehr geil. Hier sehen wir unsere Research für neue Waffen. Es ist so motivierend. Ich sag's euch. Hab natürlich nicht viel entdeckt auf der Map. Aber egal. Progress. Weil jetzt können wir wieder aufleveln. Was wichtig ist, um neue Kategorien, die man researchen kann, freizuschalten. Ich mach mal so und so. Guck. You now can research second Mysterium Incantation. Und das brauchten wir wiederum, um die Waffen auf Stufe 2 zu leveln. Also. Es geht voran. So, wir gehen mal hier rein. So, wir können jetzt hier den Research Progress gegen Gold auch beschleunigen. Aber wir müssten eigentlich auch irgendwas Neues. Wo steht das? Second Mysterium Incantation. Research on the second Mysterium Incantations will yield an Incantation necessary to enhance any weapon. Requires Gnosis 1. Okay. Kann ich noch gar nicht machen. Aber ich kann hier zum Beispiel jetzt. Ach so, das boostet nur ein bisschen. Für 5. Ich dachte, das completet den Research. Das ist ja gemein. Okay. Ne. Da sieht man mal, Geld ist... ...wichtig. Aber dann gehen wir lieber in die Maps. Anstatt hier unser Geld zu verballern. Okay. Ich kann nichts upgraden. Ich würde aber wieder die Waffe zurück wechseln auf den Psycho-Pomp. Hä, ich habe noch keine 25 Gegner mit dem gekillt. Okay. Von hier aus. Okay. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Main Menu. Ich will euch noch kurz was zeigen. Ich hoffe nur, ich will natürlich nicht... ...wenn wir hier auf New Game gehen. Astronaut. Lol. Okay. Ja, ja, das wollen wir jetzt nicht. In a world. So. Ich wollte euch das hier nur zeigen. Ähm. Es gibt verschiedene Klassen. Ich habe jetzt hier den... Äh, wen habe ich denn genommen? Den... ...Prayer eigentlich. Der hier irgendwie nirgendwo angezeigt wird. Ähm. Aber ihr seht, es gibt hier verschiedene Klassen. Wo die dann schon unterschiedliche, ähm... ...also erstmal unterschiedliches Startlevel haben. Und aber unterschiedliche Verteilung. Ähnlich wie bei Souls. Aber vor allen Dingen sieht man hier unterschiedliche Waffen. Ähm. Und Equipment. Der hat hier zum Beispiel eine Autorifle. Keine Ahnung, wie die sich spielt. Hier haben wir den Hunter. Der hat Ricochet Autorifle. Bullets. Also die Kugeln prallen ab. Ich weiß gar nicht, warum steht hier... Äh, die... Äh, die... So. So, hier den Slayer. Der hat eine Handgun-Machine-Pistol. Dash after kill. Reloads and boosts the gun. Hat auch gleichzeitig schon einen Zauberspruch. Light spell. A lightning bolt. Knocks back and shock enemies. Shadow. Den hab ich genommen. Mit dem All-Seeing-Eye-Bolt-Action-Rifle. Dann gibt's noch den Saint. Der hat sogar zwei Waffen. Einen Crossbow. Und eine Autorifle. Und... Zauberspruch Heavy Spell auch noch. Startet allerdings an Level 1. Was ja eigentlich nicht schlecht ist. Weil du dann die Punkte komplett selber verteilen kannst. Hat aber... Ist ein Luck-Bild. Was immer das bedeutet. The Luck affects many elements of the expedition. From small things like the quality and quantity of items. Found in the world to bigger ones like the frequency of calamities. Also ich kann einfach so. So und dann gibt's noch den Penitent. Da steht Warning not recommended for beginners. Warum auch immer. Und der hat hier Hunger. Hand Cannon. Mehr kann ich nicht zu denen sagen. Ich wollt's nur mal zeigen. Ihr habt hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Klassen zur Auswahl. Mit unterschiedlichem Equipment und Zaubersprüchen. Ob dann jetzt das in Stein gemeißelt ist. Oder ob dann sozusagen irgendwann man die angleichen kann. Und alle Items, die die anderen haben, auch finden kann. So kann ich jetzt natürlich noch nichts zu sagen. Aber ich sag euch, Leute. Dieses Spiel kann was. Es ist kein Placement. Ich krieg keine Kohle dafür, dass ich das sage. Es ist wirklich... Das macht mir Spaß. Das macht mir richtig Spaß. Und es fühlt sich super an. Also ich kann nicht sagen, ob das 60 Stunden Spaß macht. Dadurch, dass es keine Multiplayer- oder Online-Komponente gibt, kann es natürlich sein, dass es irgendwann vielleicht ein bisschen repetitiv wird oder so. Aber bislang, der Loop, der Gameplay-Loop ist echt super. Durch dieses Research hast du immer Progress. Ich weiß, ich wiederhole mich. Ich sag's trotzdem noch mal. Du nimmst eigentlich immer was mit aus einem Run. Es ist nicht so frustrierend wie andere Roguelikes, dass du das Gefühl hast, du hast grad zwei Stunden komplett verschwendet. Du hast eigentlich immer irgendwie das Gefühl, Progress zu machen. Du kommst auch leicht wieder an deine, in der Regel an deine Sachen ran. Zumindest die ersten beiden Maps waren jetzt nicht so groß, dass es da zu schwer war. Und es gibt viel freizuschalten, looten und leveln. Es gibt noch viel zu entdecken. Und ich mag das Gunplay. Es ist sehr präzise mit den Headshots und so weiter. Und in der Kombination mit Nahkampf, mit Zaubersprüchen, mit verschiedenen Waffen ergibt sich da wirklich auch ein gutes Gameplay. Es ist von den Painkillermachen. Es spielt sich flott. Es hat eine gute Grafik. Also, es ist wirklich für mich momentan so der Überraschungshit des Jahres, würde ich fast schon sagen. Hier, Crystal Mess schreibt, ich bin bei knapp 90 Stunden, hab immer noch Bock. Und, ähm ... Ja. Also, das Einzige, was man vielleicht kritisieren kann, ist, dass es kein Koop gibt. Weil ich hab das Gefühl, das wär ideal, um das mit Kumpels zu spielen oder so. Aber vielleicht kommt das noch irgendwann. Aber auf der anderen Seite find ich's auch ganz cool, dass es mal wieder nur so ein ... Dass es ein schönes Singleplayer-Spiel gibt, wo man nicht irgendwie ... Ja, Konkurrenzkampf hat oder ... Wettleveln oder sonst irgendwas. Also, ey. Ich bin echt angetan. Checkt's mal aus. Hat hier auch schon auf Steam, sieht man ... Als ich's letztes Mal geguckt hab, waren's erst 300 Bewertungen oder so. Hier, sehr positiv bei 900 Bewertungen. Ähm. Und so viele Leute kenn ich's noch nicht. Hab's auch noch nicht auf Twitch irgendwie von irgendeinem Stream sehen. Imagine playing an Extraction-Shooter like Hunt, Shodan or Tarkov, but the game actually runs and the deaths are decent. Imagine the Gunplay of Destiny. Ja, ich sag ja, das Gunplay ist wirklich gut. Roguelike and Extraction-Shooter-Mechanics. Check. Good challenge without being brutally unfair. Check. Ja. Egal. Checkt es selber mal aus. Es kostet zur Zeit im Early Access. Es ist noch runtergesetzt. 10 Prozent. 35 Euro. Müsst ihr selber wissen, ob euch das wert ist. Eine Demo gibt's leider nicht. Aber also von mir gibt's, wenn man Bock auf so generell auf das Genre hat, gibt's auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich bin echt ganz begeistert. Weil mir das so Spaß macht, dass ich richtig Bock hab, das weiterzuspielen. Und ich freu mich, wenn ich Spiele finde, die mir Spaß machen. Bzw. ich hab's ja nicht gefunden. Nikola hat's gefunden. Also, schreibt gerne mal in die Comments, ob's euch gefällt, ob ich's weiterzocken soll. Ähm, und ja, ähm, von mir gibt's auf jeden Fall eine absolute Empfehlung. Deshalb auch schon das zweite Video jetzt dazu. Witchfire. Tv. 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 Musik Tv. Vielen Dank.